Zu einer neuen Minecraft Adventure Map. Dieser heißt Doomsday Parkour oder so, keine Ahnung. Und wir legen jetzt los. Ich hab'n Bogen gefunden. Ah, Stone Gives Special Effects und Wooden Set Spawn Point. Habt ihr gelesen? Ja. Achso, wir sind noch gar nicht los. Habt ihr gut gemacht. Doch, es geht los. LOL, achso, okay. Es geht los. Regeln braucht niemand. LOL! LOL! Ja, ich hab' den Boost meines Lebens bekommen. Ich war richtig erfüllt, ey. Oh Mann, was ist denn jetzt los? ALTER! Fappler? Warum kriegt der Boost deines Lebens? Ja, Alter. Alter, was soll die Scheiße? Was ist das denn wieder für ne Jump'n'Rust? LOL! Mann, ey, ich krieg' immer nen Punch von hinten und flieg' 10 Kilo. Haltometer! Man kann sich nicht... Übrigens, wenn ihr nicht so lange runterfallen wolltet und wollt, dann gibt's einfach Slash-Gelan. Du darfst nicht in den Game-Mode gehen, wer doch immer ist. Hä, ich bin nicht im Game-Mode. Neuuuun! Komm, was ist das denn? Oh, Snap-Shot! Oh, Simon ist auch noch dabei. Oh nein, was ist das denn? 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 Death-Score-Board? Nein! Boah, den Ausnahmen hört man nur Geschreie. Ja, das ist ja auch das Wichtigste. Das ist kein Death-Score-Board. Das finden die Zuschauer unterhalten. Hä, da steht Death-Oben, Neil. Ja, Neil. Nice. Boah, Alter. Neil. Ey. Ey. mein Black Panther! Nein! Nein! Wir haben jetzt den Sprung verkauft! Das war irgendwie schwer das Erste! Ja, ach warum? Das ist der Wahnsinn! Wollen einfach immer außerhalb von der Möppmann? Ey, Scheiße! Ich passiere mal über You-See-Mode! Ja, sieh mal, sollen wir mal deinen Sponpoint setzen? Ne, schon nicht! Ja, doch! Ich bin eigentlich schon zu dumm für diesen komischen Vierweißsprung, was ist das denn? Ja, der ist auch am schwersten. Du musst einfach doppelt springen! Machen du kriegst natürlich auch wieder die Lappenstriche? Ja. Ja, natürlich! Wer die meisten Totart kriegt, dann rauskommt! Haben wir uns selber ausgedacht, haben wir von niemandem geklaut? Wollen wir es irgendwie machen, dass die letzten zwei nur noch drei Versuche haben? Wer drei Lappenstriche hat, der ist so schlecht wie Fablan. Weil wir so viele sind, wollen wir... Du hast mich auch untergeschaut! Alter, was sind das für Sprüngle? Das ist ja abartig! Ja, ja. Weil wir so viele sind, wollen wir machen, dass die letzten zwei... Ähm, halt... Nein! Nicht die letzten zwei! Ja, ich hab's geschafft, Alter! Erster! Was los? Ja, Tom, ich bin schon zweimal im letzten Sprung gescheitert! Ja, Alter, du bist echt scheiße! Alter! Ja! Fubler hat einfach 20 Früge! Ja, ich bin auch der Spinnige hier! Ich schaff's jetzt nicht scheiße! Nein! Torm, gib's auf'n Sack! Simon, du solltest springen! Fubler schlägt dich runter! Oh, Torm, nerv mich! Uiih! Fubler sieht die Daten drin wieder aus! Uiih! Uiih! Fubler braucht ein bisschen Erfahrung im Jump'n' One! Uuuuh! Deine Mutter braucht ein bisschen Erfahrung im Jump'n' One! Uuuuh! Deine Mutter braucht ein bisschen Erfahrung im Jump'n' One! Uuuuh! Alter, Sprungner! Jetzt hätten sie Verhütungssprünge genommen, Alter! Ich hab voll die gute Map herausgesucht, ey, Alter! Ey, die ist total scheiße! Wuuuh! Hey! Was? Ich hab'n' einmal! Tiki-Tiki! Kann man nicht mehr schneller sterben! Torm will keine Wille, ich hab'n' die Nerven nicht voll! Torm, tu ihn mal wieder! Wissen wir alle fertig, ich bin, bin echt gespannt! Och, man, ey! Was ist denn hier? Ist Jan eigentlich da? Uiih! Was ist denn? Torm ist doch ungekotzen, Alter! Warum Fubler den Vierersprung nicht? Ey, es gibt aber drei, äh, drei Vierersprünge! Simon! Hallo! Oh Junge, das... Tom left das mal. Ich wurde gekickt! Ich bin nicht gelabt, ich wurde gekickt von Pabla! 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 Boah Tom, geh doch weg, Alter! Das stimmt die ganze Zeit nicht nur! Du bist ja fertig. Ich hol kurz mein Minecraft-Command-Text-Dokument raus. Junge! Dann guck mir doch mal, was wir jetzt mal tolles spawnen können. Oh, ich will jetzt ne Glock machen. Wie kann man ne Vierersprung machen, außer durch Hecks und Fliegen? Äh, indem man einfach nach ganz hinten geht, dann W drückt und dann halt abspringen. Alter, ich dachte jetzt das Vierersprung nicht. Oder du drückst einfach F, beziehungsweise Backstage, beziehungsweise was weiß ich, wo du draufklickst. Ne, aber ist halt wirklich voll geil mit so, ähm, W. Ich weiß nicht, wo du das draufklickst, Simon. Oh, ich hab Feil. Ey, wäsch ich dir mit Feil im Bogen. Wäsch ich nicht! Boah Tom, du Wichser! Ich mach nix! Okay, ich hab's geschafft. Wenn jemand mit Feil im Bogen... Ja, Jan! Jan, kein Creative-Mode. Hey, ich bin nicht im Creative-Mode. Mal Jan! Ey! Es gibt da so einen Kommand. Ja! Ja! Aber da kriegt man, glaub ich, keine Feile. Nein, aber... Da ist ein Key drinne. Ich glaub, da gibt's noch einen Feil im Bogen. Kann sein, dass hier... Boah, dieser Scheiß Vierersprung. Der ist doch mal ein Quatschunder, Alter. Jan! Welcher Plastik hat das in der ganze Zeit? Jan, du sollst keine Feile haben. Ja, Jan kriegt Jan mal direkt auf. Nein, ich hab ihn gecleared, ja. Ach! Das ist ein Ding! Alter, hör mal auf mich zu clearen, Mann! Ja, doch! Cleared him! Bau eine Glocke, um ihn zu clearen! Oh! Simon, du schaffst das! Ich glaub an dich! Ja, Simon! Das machst du gut! Oh, Simon! Oh, Simon! Ja, muss ich nie lang... Zu dem blockt er, oder wie? Ja! Äh, wer war das? Das war Pappler! Ich hab den Pappler! Du hast mich doch auch geschlagen! Ja, weil du mich geschlagen hast! Ja, du hast mich doch auch geschlagen! Neil, du bist immer noch im Game-Mode, ne? Ich bin nicht im Game-Mode! Ich kann dich nicht schlagen! Was ist das denn? Ich kann dich nicht schlagen! Hör auf! Was soll das? Okay. Geh mal weg, das Donnig, Alter! Oh, Pappler schlag ich nochmal nicht runter! Nee, ist sowieso nicht so gut! Ey, ich dachte ich's schaff, dass das auch kein anderer ist. Ich warte jetzt hier am Anfang, bis alle durch sind, dann kann ich wenigstens in Ruhe spielen. Dann hast du auch nur drei Versuche! Ach so! Sonst bekommst du nen Lappenstil! Hm! I did it! Boah! Der schräge Scheiß-Führersprung-Kackteil-Dingster, Alter! Oh, oh! Den hab ich mir nicht geschafft, weil du mich runtergeschlagen hast! Oh, Jan! Jan! Aber nein! Sehr gut! Ja, Jan schafft das jetzt! Oh, Tim! Das war schade! Ist es vorbei, oder was? Boah! Das stinkt doch hart nach Maggi, Junge! Oh, Jan! Weg da! Junge! Ja! Über ein Jahr! Ja! 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 Wir haben noch eins! Boah! Junge! Hör doch auf mit den Scheiß-Elf-Blocks-Füllen! Welcher macht es denn das? Tom! Tori! Ja! Jetzt nicht mehr! Tim! Pablo! Blau! Ja, was? Da krieg ich die Woche geschlagen! Tim, aber ist so ein Arschkriecher! Ja! Jetzt hört man hier nicht hießen! Ich weiß! Ich weiß! Mann! Er ist der Server-Empse, nur das Arschkriech! Natürlich! Das macht Sinn! Komm, wie du das als Städte-Kinder hast du denn gesetzt, Alter! Er betet zu mir, ey, dass er auch mal eine OP kriegt, der kleine Tim, ey! Oh, ich will auch eine OP bekommen! Wow! Boah, ich krieg den Kira-Sprung nicht geschissen, Alter! Ich glaub, danach kommen erst mal wieder einfache Challenges. Also müsst ihr euch mal anstrengen, die erste ist halt nur so... ...aufballfusam. LOS! Und dann selber runterfallen! Hallo, Tim! Nicht abschießen, Tim! Tim, lass es! Oh mein Gott! Okay, Simon kann zweier spielen. Hey! Was soll das denn? Und jetzt das ultimative Trollding! Huuuiiii! Huuuiiii! Huuu! Huuu! Jetzt geh erst mal! Kann ich mir mal ausstellen, dass wir uns gegenseitig schlagen können, bitte? Äh, Andy? Doch, sag ich! Schlagt mal bitte einfach nicht mehr, okay? ALTER! Also, lass nie ein bisschen mehr Ruhe! Wer hat mich gekickt? Tim auch! Das bin ich nicht! Das ist eine andere Person! Ich nehm euch allen OP weg! Tim, mach ich halt die Feier aus! Tim! Ja, soll ich mach nicht? Ja... Bitte! Nein! Doch! Guck mal, wie ansonsten der Simon ist! Du weißt nicht mehr, wie das geht, alter! Doch, mit Skorbert! Ach, nee! Hugo ist aber schlau! Ey, Tim! Du verdammt doch! Mir doch macht mich zu kicken dauernd! Ich kick dich nicht! Ja, dann sag Fabler, soll mich nicht kicken! Das bin ich auch nicht! Sag du ihm doch das! Ich kann nicht DOP'n, Fabler! Ja, das macht doch kein Spaß! Ja, guck mal, wie hier ist es steht! Ohohoho! Ich guck mal, wie hier ist es steht! Ohohoho! Torben, kannst du mir nen Bogen geben? Nein! Ich tu auch nur Fabler was! Nein! Alter! Alter! Du dir ja gar nix mehr! Guck mal, jetzt hau ich Simon! Tim! Das hab ich auch gemacht! Ja, er gibt sich dem Jogi! Ey, scheiße! Ja, Entschuldigung! Ja, genau! Ey, scheiße! Entschuldigung! Kann man sich... Ich wollte Slash Kill machen! Ne, Simon, kannst du knicken hier! Boah! Simon fährt halt auch schon so! Jogi! Guck mal, wie ich asozial... Hahaha! Lol! Ja, Donnick ist wieder asozial! Boah, Alter! Tim kennt sich ja richtig aus, ey! Okay! Ihr könnt euch jetzt nicht schlagen, ne? Das ist ja asozial! Na, mach das so! Na, mach das so! Also, ich probier's mal an Neil! Okay, Donnick! Hahaha! Hä? Martin! Dann Schuh! Dann Schuh! Dann Schuh! Dann Schuh! Und dann... Wer pisst dich doch! Ey, das geht auch nicht! Ja, Tim, weil ich das... Och, Tim, so'n Lappen, Alter! Boah, Simon, der geht dann richtig auf die Nerven! Also, es ist immer noch an! Hahaha! Nein, okay, Neil, ich lass es! Hahaha! Boah, wie asozial das ist! So, ich hab's jetzt! Jetzt könnt ihr euch nicht mehr schlagen! Guck, ich probier jetzt mal... Oh! Hahaha! Boah, Thorben, so macht das immer keinen Spaß mehr, wenn ich die Fragen kann... Schlagen kann! Simon! Das ist aber voll hier! Ja! Hallo, wir nehmen gerade auf! Ja, schön, dass du auch deine Aufnahme hast! Moritz, wir nehmen auf! Ich bin doch im Aufnahme-Channel, oder nicht? Hahaha! Ne, den hat ja Moritz gelöscht, der Spacken! Oh! Es gibt ja einen Haar vor! Ey, man kann sich ja jetzt... Alter, warte! Ja, sorry, ich wollte mich quälen, aber du warst noch im vorigen Tag! Hahaha! Ja! Es gibt aber sogar einen Operator, der kann irgendwie die erste Stunde... Ja! Nein, der hat aber keinen temporären Channel... äh, keinen permanenten Channel... Und? Aber Temporary! Guck mal, nach drei... Oh! Tim! Tim, Junge! Was ist das? Stimmt, Alter! Ich hab dich geschlagen! Achso, Neil, du wolltest mich schlagen! Ja, weil du mich... Loll! Du hast mich doch nett drüber gebustet, aber dann noch... Moritz! Sag mal, das Fabless... äh... Ja, das Fabless kickt doch nicht, Alu! Ich... Ja, komm, hier hat Black-Up... Vlog-Up gebustet! Er hat den Black-Up! Er hat den Black-Up! Er hat den Black-Up! Er hat den Black-Up! Alter, ne, gleich sind fünf Minuten... Und gleich habt ihr alle nur noch... Nur noch drei Versuche, weißt du? Hä, ne? Als Maul... Deine Mutter hat nur noch drei Versuche! Deine Mutter hat drei Versuche schon immer gehabt, ey! Oh! Oh! Ooooooh! Aaaaah! Mann! Oh, jetzt kommt Jesko auch noch, glaub ich! Oh! Jesko! Jesko will deine Aufnahme, man! Jesko will deine Aufnahme, man! Häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh-häh! Wenn du was sagen willst wie... Alter, was mach ich hier oder so? Boah, wie kann ich denn die Schwung nicht schaffen? Ey! Tim, kannst du mal das Schlagen wieder anstellen? Waaat? Ja, danke. What the fuck? Hä? Der ist Slumlock, dann hau mal ab. Er ist Moritz auch. So, danke. Das sei Moritz, will ich mitmachen. Moritz will mitmachen? Ja, Moritz will mitmachen. Das glaubt er auch selber nicht, ne? Oh, als! Spiel Adventure Map. Ja gut, dann haben wir noch mehr Versuche. Alle mitmachen. Alle mitmachen. Hä? Wir haben auch noch einen Slot, Frank. Ich hab nicht bei diesen ersten vier Vorsprungen. Oh ja, nur noch einer kann mitmachen. Dann hab ich nochmal geschlappt. Und dann hab ich wieder Phabla runtergeschlappt. Okay, in anderthalb Minuten sind 15 Minuten nur. Richtig krass, ne? Oh, Simon, mein Tiger-Skill. Moritz macht auch mit. Es ist schön. Alter, wie lange hättest du mal dieser Map dabei? Vor allem, wo schon mit 66 Deaths läuft. Ja, sorry. Ja. Der ist ja am meisten versucht, okay? Nicht so wie bei den anderen, Moritz. Hehehe. Er hat 0-1. Boah, Simon, jetzt mach das doch mal. Boah, ich schaff den Schei Tom, du Midschiezer. Tim, lass die Schei. Wie toll, dann spawn ich jetzt Minecrafts, Alter. Ey, Tom. Die können alle nur Moritz schlagen. Das finde ich nicht okay! Wir springen ja fremdlich runter! Boah, das ist ein... Okay, wir stehen jetzt in die Zahlobore zu schlagen! Oha, nur 20 Sekunden! Das ist Haken nicht konzentriert! Boah, das ist auf dem Ball! Das ist auf dem Ball! Das ist auf dem Ball! Nein! Kickt sie! Kickt sie! Oh Niel! Nerven nicht! would! Was ist das hin? Danke Tor! Miaaaau! Ok Miaiauu! Dieser Mitteln mitgepobster Ja! Tim, kannst du hier nie einstellen, dass wir'de uns wieder schlagen können! Ah, ist es Tor, Boah Tor, ich geh halt nicht aufner Sack! Ska-Färs und ... DIE-FOLVE-là- arms- Also ich nicht worauf packen Lor, Lor, Lor und ihr er dictiert du es in den nächsten Fallợn Bis dann und tschauuung